Nach eurer Aussage hat Allah die Tore fälschen lassen, oder? Er hat den Menschen freien Willen gegeben und die Menschen konnten das tun. Das haben sie gemacht und das steht sogar in deiner Bibel. Die Bibel ist voller Fehler und wir können gut damit leben. Denn wir glauben oder glauben basiert nicht auf der Richtigkeit der Schrift. Naja, wir haben ja schon klar gemacht, dass es normal ist, dass Urtexte fehlerhaft sind. Fehlerhaft sind. Habe ich dir aus meiner Bibel gezeigt, es war ein Druckfehler in der Bibel. Es war ein Druckfehler in der Bibel. What? Ist die Bibel auch mit menschlichen Widersprüchen? Ja, ist sie. Ja, die Botschaft der Bibel ist verfälscht. Wir haben ja schon klar gemacht, dass nicht alles perfekt überliefert wird. Deswegen kann es sein, dass diese Geschichte irgendwie am Anfang, keine Ahnung, kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Liegt halt daran, wurde von Menschen geschrieben und da passieren den Schreibern auch nun mal Kuppistenfehler. Ist kein Problem. Ich bin ein Problem.